1-0 Ja, er ist jetzt voll Game Ja Wir werden noch nie Rettung gemacht haben bis jetzt Das ist wahrscheinlich fachig Ey, wer stimmt da noch für Rettung? Vorhin wurde sich aber schon mal beschwert, dass wir nie Rettung machen Ey, nicht von mir Weil kann man ja mal machen Nein Im letzten Moment wollte ich auch gerade waren Seid dumm, alle Warum? Dann spiel die Lazarus Ich spiel kein Lazarus So, warte So nicht Der ist praktisch hier Lazarus ist echt nicht schlecht in Rettung Der ist super, du kannst die Leute wiederbeleben Wir müssen dir diesmal halt auf so ein Raumschiff eskortieren, Echse Hast du das schon mal spiel? Nein Dann wird's dir jetzt eh erklärt, also Ihr seid dumm, alle Hm? Dachte ich mir schon, du musst Blackhawk wieder raufziehen, irgendwer Ah, okay, ja Du bist ja der Einzelne, der das kann Ich habe nämlich gerade so auf den TS geschaut, Blackhawk lockte sich im Lobby ein, hä? Wieso schreibst du mir ziehen, bitte? Ich kann ich nicht, wie oft noch? Ja, weil Grants bestimmt nicht bekommt, weil er aufrein ist Ja, Grants kann man nicht anstupsen Echse Aber ich habe es eh schon gesehen gehabt, also Äh, warte mal, was machen wir jetzt? Rettung, ne? Ja Oh fuck Was für ein Trapper wäre das gut? Was muss ich mit diesem komischen alten Mann nehmen? Ich überlege, ob ich für Rettung Heid nehmen soll Damit kann ich nämlich schön die Dinger, Giftgrasgranaten hinwerfen, weißt du? Wo die Frank hat noch nicht Ich glaube, ich nehme Sonny Was können Griffin und Abe? Ich habe da keine Ahnung, was wir machen können Griffin kann, ähm, Duna-Sensoren hinlegen Genau, und der hat die Harpune Und Abe kann verlangsamen und, äh, dieses Markieren mit dem Gewehr, wenn du anschießt, dass wir dann so einen Radarpunkt haben, quasi Okay Und was macht die Harpune und die Sensoren von Griffin? Äh, nimm mal Nachladegeschwindigkeit, Echse Dann kannst du schneller Leute aufheben Aber ich würde, ich würde einen von denen nehmen, weil Trapper ist ja in Rettung nicht gerade das Wichtigste Ich habe keine Ahnung, wie ich die beiden spiele Nimm ruhig, Abe, dann kannst du ihn verlangsamen Sunny oder Hank? Mh, Sunny Da kannst du Schild mit den, mit der Tonne so ein bisschen So, was nehme ich am besten? Ja, aber die Tonne muss ich ja, äh, chargen, das Ja, aber Hank ist zu wertvoll, finde ich, für Rettung Oh, wo gibt's irgendeinen bestimmten Vorteil für Abe? Ich kann mich mit den beiden gar nicht aus Heidung, Geschwindigkeit So Aber wen hast du bitte nicht auf Elite? Grants Die 9? Ja Ja Und Maggie auch noch nicht Und Val, bin ich mir grad nicht sicher Mary nicht, im Fall Sollte Maggie nicht irgendein Team vielleicht? Ich hab mein eigenes Tarnungsfeld, aber was bringt mir das? Bringt schon sehr viel als Nessaurus Technikalem Wasserkraftwerk Ein Monster hat uns angegriffen, die anderen sind geflüchtet Und dann kannst du nämlich, ähm Ich hab kein Video gekriegt Haben wir Abe gespielt? Doch, kriegst du gleich, kriegst du gleich So, okay Nach der Sequenz hier Ah, okay Ja, passt Ich bin dann mit der Sieger auch Oh cool, ich hab Na? Ich hab ein, äh Ein schallgedämpftes Tarschützengewehr, cool Der Handschuh ist am wichtigsten Ist mir scheißegal Der Handschuh ist am wichtigsten Immer noch scheißegal Ich muss sie alle wieder bewegen, nechsen Ach, halt, okay Du hast nur das Halt genommen eigentlich Äh, weil dann kann ich die Leute ganz gut beschützen, indem ich da ne Granate hinschmeiß Ding, ja Hä, wer war denn da grad? Das war... Backe wieder Nein, aber hinter... Hinter Leser, wo es stand irgendjemand Was? Oh mein Gott! Es ist jetzt unheimlich, wenn ich da hinten schauen kann Oder wenn ich da eins der das gesehen hab Ja, du bist der einzige der Einzige Nein, ich mein auch von den Leuten hier Grüß euch Leute Ja, kann sein Wo sind die, da drüben? Ne, das ist ja so random, oh fuck Da, wohin der Überlebende steht Und da oben ist einer, kann jemand da oben hingehen? Ja, ich geh da hin Ach Mensch, Echse Okay Jetzt fliegt doch Ich fliege doch Danke Welche Evolutionsstufe hat er? Eins Ja Eins, okay Er ist bei mir Also ich hab ihn gehört zumindest Hm Sehr schön Danke Ohne euch Weiß ich auch nicht Wo ist eh... Evac Punkt Der ist hier Das ist jetzt einfach mal Ja, halt aber Wir müssen ja 5 Insgesamt hier rauskriegen Ja, die... Die können ja zuerst einfach mal rauf Aber Echse, die Überlebenden kannst du auch mit dem Hatschuh so wie er überlebt Dann haben sie nämlich keinen Strike Deswegen ist die Lazarus hier so gut Naja, aber sie stehen jetzt eh... sie waren eh hier gerade also, ganz ehrlich Egal Wir sind ja in der Nähe Ach, die Drohne Die anderen kommen dann glaube ich erst, ne? War das nicht so? Mhm, das ist eh... stufenweise Okay, ich glaube er will erst die Wolven ein bisschen Mhm Nummer 1 und Nummer 3 Ja Ja Okay, wir gehen da hinten hin, direkt kommt Wie viele kann ich eigentlich markieren auf einmal? Ich glaube 3 Okay Ich glaube das haben die bestimmt auch runter Da drüben sind die Nächsten Echse, hebst du einen auf mit dem Handschuh? Ja, unterwegs Mit dem Handschuh kann man... Ja, dann haben die keinen Strike Achso, ich soll jetzt warten ein bisschen sterben oder was? Nein, nein, du kannst die auch jetzt aufheben schon Mit dem Handschuh? Ja Du kannst die... Es kann... der Handschuh kann halt eben zusätzlich halt eben noch tote Wirbel leben Er kommt Er kommt Oh fuck Er will den einen fressen hier Kann doch nicht Oh Solange er den nicht frisst ist alles gut, dann kann Echse den aufheben Er haut ab, er haut ab Mach die... Das heißt, Echse kann ihn aufheben Mach die... Hebe ihn auf Sehr schön Hm Er kriegt von mir Schwachpunkte Ja Wir müssen aber zum Übepunkt Ja Oh ne, was machen die Überlebenden da hinten? Ich bin bereit Hilfe komm her Hilfe komm her Jo Ich muss gleich auf jeden Fall von Echse ein bisschen abgeiern, ey Ja, er haut grad ab Also gut Okay, dann lass da vorne hin, da sind die Nächsten Er geht eigentlich zu mich Wir brauchen ja nur noch einen Ja 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 Leicard Boost Oder er muss sie halt töten Mhm Du hast mir das Leben gerettet Warte mal, was ist denn in 30 Sekunden? Ist unser Evenstar gestorben, alles Ja Ja Glaub ich schon Ach, der war das wahrscheinlich Mhm Vorsicht, er will die Überlebenden Brand Was sagst du? Das war der Evenstar-Typ, den du wahrscheinlich gesehen hast Der echte ist dahinten Achso Der hinter dem, äh, hinter Ah, stimmt Das kann echt gut sein Ah, das Kallungsfeld ist bereit Booste dich, Echse Yo Scheiße, schon wieder Hilfe Er greift die an Okay Ich hab jemanden gefunden Danke Oh, da hinten Oh, da hinten Wieso? Raus Lass du dich? Ja Wer liegt da eigentlich? Mh Der hat einen von den Typen geworfen Wie schlimm wir haben? Gehen da mehr Kommen wir gehen Was rum? Gehen da Gehen da Der hat einen von den Typen geworfen Weg An seine Töter Ich hab's übel erwischt Warum überleben da? Hauptsache bringt einen zum Schiff Bringt einen zum Schiff Bringt einen zum Schiff Können Können Kann ich ihn nicht einfach aussperren? Wo ist er? Ich bin leider Aussperren können wir ihn nicht Mal sehen wie dem Planeten diese kleinen Dinger schmecken Gehen da Gehen da Scheiße, schon wieder Hilfe Erfolgsfreude bereit Ja Ja Gippie Ich ruhte nicht mehr Nein, nein, nein Hilf mir auf Nein Gehen da Gehen da Gehen da Puh Da hat er nicht aufgepasst Schwein gehabt Ja Ah Ui Steffi ist wieder blau Ja Blau Blau, blau, blau Wie die Meere Das fiel wir jetzt? Weiß ich auch nicht genau Äh die Ah die Schilde Ja Die Schilde Uh nice Das ist immer böse Auch wenn er kranken theoretisch eigentlich drüber fliegen könnte Aber So hoch kann ich Ich glaub der rüber ist ne unsichtbare Mauer Ah In der Ladezeit geh ich mal eben schon um die Ecke gleich glaub ich A soul Oh ich hab das Lazarus Gerät fertig Bin kurz weg Jo Ja Jo Exel das wird noch viel schlimmer Ich will das auch gar nicht machen Ach Lazarus ist doch lustig Soll ich ehrlich sein? Ich finde die echt anstrengend Warum? Ich hab nur das Heilungsfeld Ja okay das stimmt Du heilst halt nicht gut Aber du kannst Leute halt wiederbeleben ne? Ohne Strike Mhm Wenn das Monster nicht aufpasst Wenn das Monster nicht aufpasst Mhm Ja 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 Ja